Wir haben noch nie ein Kandidat, die positiv zu den Testungen reagiert haben. Wir müssen weiteres evaluieren, die restlichen Truppen aus dem aktuellen Pool. Okay. Äh, was ist ein Psilap? Ein Soldat. Äh, ihr Dried. Wann noch jemanden? Schild die Homes. Wo wir die beiden deutlich jetzt nicht direkt brauchen. Von daher gehts weiter würde ich sagen. Oh. 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 Ich glaube, das ist sogar die letzte Mission, wenn ich das aktiviere. Ich freue mich, dass du den Forschungs-Team-Team unterstützt, Herr Commander. Fertig. Schiff Repair. Engineering. Bit by Items. Plasma Rifle. Brauchte ich eine. Heavy Plasma. 2 sind wir hier komplett irre. Fertigel Kanonen hätte ich keine. Arch Angel. Titan Armour. So. Wie gesagt, ich brauche eh noch einen Moment. Kanada. Go to Situation Room. Covered Operation. Soldatenliste. Schiff. Send Operative on Mission. Schiff. 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 Ufo Class. Hä? Schiff. Entfernung. Graven Plasma Cannon. Oversea. Islamic. Moment. Engineering. Built by Items. Bestell hier solche schönen Sachen.. Nee, nicht eine EMP-Kanone. Plasma Cannon habe ich schon, Phoenix Cannon nein. Nein. Das frau ich jetzt mal nicht. Manufaktur. Und Manufaktur. Versuche mich jetzt mal runter zu holen, würde ich sagen. Wir sehen, ob ich einen Overseer runtergebe. Ich bezweifle es irgendwie. Ich vermute ja, dass mein Raven dabei drauf geht. Das ist einfach nicht so langsam. Das ist einfach nur weg. Ich brauche den Firestopp. Panic Reduction, Scientist. So eine remote Observation. Use for tracking and monitoring for activity in Brasilien. Launch Mission. Excellent. We look forward to seeing your progress. Edit Unit. Loadout. Edit Unit. Loadout. Das klingt, dass man einen Heavy Laser verpasst hier. Oh, und du kriegst auch einen Heavy Laser. Und du hast auch eine bessere Waffe jetzt. Die Partikelkanone. 9 bis 11. Gleich tut er 6 bis 8. Fett. Das ist echt fett. So, jetzt habe ich eigentlich die Top-Ausrüstung erstmal für das Quad. Los geht's. Gar kein Sniper dabei. Da wird's woher wies. Diesmal ohne Sniper, na herrlich. Resiliener Autoritäten haben unsere Hilfe gefordert. So, das ist, wo wir weitergehen. Nächste. Der Kanzler glaubt, dass Dr. Marazuki's Forschung sehr wertvoll ist. Die Requestung haben wir ihn sicherlich nach dem Evac-Punkt. Big Sky wird in der Position, um den Bezug auf den anderen Ende der Facilität zu machen. Bitte. Objektiv geändert. Ach so, ja, den Typen. Meine Apotheer haben fokussiert auf den Alien-Flightpass in der Hoffnung, um zu entscheiden, woher es ist, woher sie kamen. Hm. Tja, wie mache ich das jetzt? Mitten durch die Mitte auf jeden Fall nicht nochmal. Hm. Mhm. Ach man, ich hasse es. Darf ich das erwähnen? Oh. Warum? Warum auch nicht? Okay. Good riddance. Die Fenster, da kann man durchgucken, ist jetzt nicht so schön. Der kann wieder aufholen. Was noch mal jemand reinkommt. Muss ich mal hier bisschen zurückdecken. Au. Shit. Au. Au. Habe ich den nicht schon mal gefangen? Egal. Oh. Sehen was passiert wenn ich jetzt das mache. Genau das hätte ich keiner. Servus. Steht übrigens noch einer von mir dahinter. Ja. Die können schneller das Licht bewegen. Das lag irgendwie nah. Das war alles? Ciao. In 5. 2 bis. 3 bis. 0. Hier hat man das. Oh ey! Oh ey! Voll in den Kopf, also spät, sieht das so fett aus die Kanone, ey. Die beiden mit einem mal weg, ne, gerade krieg ich mich bis dahin. Ich bin das hier, ich bin das hier, ich bin das hier, und ich bin das hier. Ah, wegen den ist das unsicher dahinten. Aha, aha. Wie hat er denn schon einen Laserpistol? Ich hab doch... Nein, dieser eine Lebensweg, der immer übrig bleibt. Stepping off. Ich finde, ich frage mich, wie weit diese Fähigkeiten haben, um diese Invasion zu übernehmen. Der Ressourcen ist in Moldus, Staggering. Oh, woher sie... Tue ich ihn hin? Wo 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 tue ich ihn hin? Kann ich bloß am besten nur so weit. Oh, die kotzen nicht fast. Oh, die sind nicht bei den meisten. Ich hab doch hier einen Capress-Armor. Ich hab doch... Natürlich ungünstig. Das war eigentlich nur Titan-Armor gefährlich. Ich hab mich mal nicht mitgenommen. Ey, über mir. Ne, der hat keinen Titan-Armor. Definitiv nicht. Ne, der war die Große. Geht mir auf den KX, dass die immer überleben. 93% und ich schieße vorbei. Jo, jo, jo. Mach erstmal die zwei da hinten weg, bitte. Ja. Lightning reflexes. Du kannst mich nicht treffen. Du kannst mich nicht treffen. Mach bitte weg. Das ist ein Schaden auf nur drei Lebenstypen. Hein. Hm. Ja. Du kannst dich dafür gewinnen. Das ist verstanden, mans. Schauwärts nicht. Ja. Ich brauche. Oh, der muss mal nachladen, sonst hat er bald keinen Schuss mehr. Schade. Au. Puh. Shit. Die trifft natürlich. Dann lauf doch wohin. Lightning Reflexes. Ich weiß schon, ich sollte Würfe mit dem zuerst ziehen. Das ist nicht ganz so schlimm, wenn der irgendwo reinläuft. Jetzt noch mal dich weg. Man, 15er Critical, ey. Ich rüber. Ich weiß, wir haben sich schon erwartet. Ich bin schon falsch für jeden Tag. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Aber ich bin ehrlich. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, den da draußen stehen zu haben. Das Problem ist, ich weiß nicht wie er das Gift ausgebreitet oder ausgebreitet hat, was er gesagt hat. Okay. Und weg. Na, treffen wir eine Runde? Gewoll! Perfekt. Ich bin unterwegs. Teint in Sicht. Hm, gut. Ich bin nie mit dem anderen vorgegangen. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Okay. Gut. Durch Feuer laufen ist nie so wahnsinnig angenehm. So, mal nachladen. Und die steht lieber nicht an irgendeine Kante. Ich bin unterwegs. Ja, was Leute? Äh, eine Granate. Könnt ihr euch später töten? Und das macht es an. Und das kann ich nicht. Oh Gott. Au. Au. Was hat er mir weh? Au. In Bewegung. Nehm ich halt dich. Kuppi go go go. Hallo. Ich stehe mal direkt daneben. Oh Gott. Du bist da nicht mit dem Dutzung. Ich kann es um da durchzugucken was da ist. Hm. Falsche Seite. Hey. Schau ihn sogar in die Evakuierungszone. Perfekt. Das wird irgendwie komisch. Komische Gegner. Das war eine easy Folge würde ich sagen. Mit dem Kampf. Du bist ja gar nicht mächtig. Hör das. In als Seiner. Ein anderer beeindrucktter Alkohol von unseren Trämpfen. ja ich würde sagen das war's dankeschön und bis bald bleibt mir treu